naja das ist auch etwas was wir demnächst in angriff machen nehmen sollte eine fishing zone so link lever zu dem ding ihr könnt euch schon mal hier aufstellen können wir erstmal hier hinschicken dass ihr euch munition holt vielleicht weil keiner von euch scheint munition zu haben dass wir auf die goblins schießen können was sagt denn die adder liste noch jede menge invader okay so zieh mal den lever so unsere drawbridge oh sie ziehen ab ziehen sie ab na noch nicht ganz ja den lever pull ihn mal dass wir sie hier raus lassen hier vielleicht rein lassen ach so das ist training ich will attack so so das ist auch ein ticker Hmm. Okay. Also man merkt in der Steam-Version sind Crossbow-Einheiten noch relativ unnütz. Migranten sind eingetroffen. Wow, das hilft gerade sehr viel. Die werden in ihren Tod laufen. New Arrival, New Arrival, Pickup Equipment. Hä? Zu welchem Work Detail seid ihr denn? Ach, Hunter. Oh, einer schießt, einer schießt. Ach still, wir können sie ja gerade nicht mal entkommen lassen. Und... Die warten zum Glück noch da oben. Während die Viforce of Darkness abzieht. Hoff ich mal. Ja? 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 Ja. Ja? Ja. kann ich jetzt wieder zum Training schicken. Ganz ehrlich, ich werde mal da oben den Stockpile auflösen. So. Und hier sollte ich eigentlich auch All machen. So. Und hier kommt noch die gesamte Ammo hin, bitte. So. So. Die Valforces sind abgezogen, denke ich mal. Das heißt, wir können hier den auch mal wieder pullen, damit wir die Goblin-Leichen rausschmeißen können. Die hier gerade alles vollmüffeln. Wem gehört das Zimmer? Das Zimmer ist leer. Nee, gehört dem X-Bow. Okay. Petition. Ja, Gildenhallen, die sollte ich wirklich mal auch in Angriff nehmen. Aber erst etwas später, wenn wir hier mit allem gedeichselt sind. Ich hoffe, unser Fischerdorf wurde begraben, ja. Dog meets you. Hm, Masterpiece. Haben wir wieder irgendwelches Livestock gekriegt? Ja, die beiden. Äh... Äh... Die Goblin sind wir losgeworden. So, jetzt kümmern wir uns mal um neue Schlafzimmer. Als nächstes. Also, Furniture, Betten, Closest. So. Dann brauchen wir Türen. So. Dann brauchen wir Chests. So. Und zu guter Letzt Abinets. So. So. Und hier hat jemand verdammt viel Essen gebunkert. Da ist einer Greedy. so. So. Was ich doof finde, ist, dass man sich nirgendwo diese Petitionen, denen man dazustimmt, sich die angucken kann. Das kann mal wieder weggeklappt werden. So, jetzt brauche ich neue Bedrooms Multi. Und dann. Das kann man wieder weggeklappen. So, als nächstes mache ich mal die Baracken. Äh, nee, das ist zu eng, das ist zu eng, das ist zu eng, 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 eng. So, Baracken planen wir jetzt noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. So, und so. So, und so. Und auf der anderen Seite das genaueselbe. Äh, ups. Und so. Und so. Und so. Und so. so so barack für 20 leute also für zwei squads erst mal sind geplant ok unsere sweetpots wachsen unsere plump helmet sehen auch gut aus haben sogar wieder quarry bushes wie sieht es mit cloth aus leather bin leather bin leather bin cloth bin was haben wir hier falsch gemacht egal es ist jedenfalls mal wieder zeit für den kart also save and return to title save timeline in der nächsten folge machen wir die baracken stellen das speerträgersquad auf wahrscheinlich werde ich einen xbow general ernennen also ein xbow commander der dann den xbow übernimmt während der general den speerträgersquad übernimmt da sehen wir ab dann jetzt gibt es erst mal einen cut bis gleich gleich